Wir sind in der Schule, wo sind wir? Wir sind in der Schule, wir haben Unterricht, wir haben Unterricht, da sind die Schüler. Das sind die Schüler. Das ist die Klasse. Was machen wir? Wir lernen. Wir lernen. Wir lernen eine Sprache. Ich lerne Englisch. Du lernst Spanisch. Er lernt Deutsch. Wir lernen Französisch. Wir lernen Französisch. Ihr lernt Italienisch. Sie lernen Russisch. Sie lernen Russisch. Sprachen lernen ist interessant. Sprachen lernen ist interessant. Wir wollen Menschen verstehen. Wir wollen Menschen verstehen. Wir lernen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich.